Wir sind einfach von ihnen vorbeigeworfen und sie haben mir gedacht, was machen sie hier, selber so am Kleinen verteilen, hier? Sie sind sehr sympathisch, schätze ich, wirklich super. Ja, ich finde es sympathisch, dass sie hier um das Volk kommt, von Avangli und sich am Volk präsentiert. Sehr und sympathische Frau, oder? Ich muss eher sagen, dass ich sie eigentlich nicht gut kenne, aber sie ist mir sehr sympathisch. Ja, ich finde es auch sehr sympathisch, dass sie das selber verteilt und ich will mich dann gleich ein bisschen in andere hineinbringen. Weil sie wieder das Thema vom Wohnen und unseren Wohnproblem in der Stadt Syrie aufs Paket wird bringen. Sehr und sympathische Frau, oder? Ja, was machen Sie da, selber so am Kleinen verteilen? Sehr sympathisch, schätze ich, wirklich super. Au, au, au.